Wenn Sie ein City-Tracking-E-Bag suchen, dann kann ich Ihnen nur wärmstens das Premio Evo 10 Lite von Pegasus ans Herz legen. Für unter 3.000 Euro hat Pegasus hier das perfekte Gesamtpaket auf die Beine gestellt, welches ausgestattet ist mit dem Bosch Performance CX-Motor der neuesten Generation und kombiniert mit einem Intube-Akku, der bei Pegasus, das ist eine Besonderheit, in drei verschiedenen Größen gewählt werden kann, 4, 5 oder 625 Wattstunden, je nachdem wie groß der Fokus bei Ihnen auf der Reichweite ist oder ob Sie den Komfort genießen wollen, nicht jeden Tag laden zu müssen. Trotz aller Sportlichkeit in Ausstattung und Design haben wir natürlich auch auf den Komfort geachtet. Hier haben wir einen sehr schönen großen Einstieg, können bequem in das Rad einsteigen und zusätzlich haben wir Komponenten verbaut, die diesen Komfort unterstreichen. So haben wir beim Sattel eine Eigenentwicklung. Hier ist ein Material entwickelt worden namens Hydrofoam. Die Oberfläche ist ein Sandwich-Material angelehnt an das, wie man es aus Radhosen kennt und dieses Material kann den Körper des Fahrrads und das Rad effektiv voneinander entkoppeln und so sinken sie nicht zu tief in den Sattel ein, ob schon sehr weich ist und das ist auf längeren Touren sehr komfortabel. Ein weiteres Feature sind die Airgon-Griffe, die mit ihrer Flügelkonstruktion das Handgelenk stützen und so Taubwerden von Händen verhindern. Des Weiteren sind verbaut hydraulische Scheibenbremsen, ein Sicherheitsfeature. Sicherheitsrelevant ist natürlich auch die Beleuchtung und hier haben wir einen 100-Lux-Scheinwerfer verbaut, der auch dunkle Straßen perfekt ausleuchtet. Die breiten Reifen bieten Komfort und Sicherheit auch auf schlechten Wegen und bieten zusätzlich exzellenten Pannenschutz. Das Display ist zentral in der Mitte angebracht und kann über ein Remote an der Seite gesteuert werden. Zusätzlich lässt sich das Display mit einem Handgriff abnehmen und so haben sie schon einen gewissen Diebstahlschutz. Weiter erhöhen können wir den Diebstahlschutz mit Hilfe des Sicherheitspakets. Enthalten in diesem Sicherheitspaket sind ein Ringschloss und eine Einsteckkette. Mit der Einsteckkette können sie das Rad an einer Laterne oder so festschließen. Der Clou dabei ist, dass sie sowohl zur Akkuentnahme als auch um das Schloss zu bedienen nur einen Schlüssel brauchen. Der Akku lässt sich entnehmen, indem ich hier die kleine Klappe öffne und dann aufschließe. Auch verborgen hinter der Klappe ist die Ladebuchse, die sich sehr komfortabel umstehen benutzen lässt. Abschließend kann man sagen, dass ihr mit dem Pegasus Primo Evo 10 Lite sowohl was Komfort als auch was Sportlichkeit angeht den perfekten Begleiter habt.